Hallo Jan, hallo kleiner roter Traktor. Hey, was hast du denn da? Das ist nur eine Kleinigkeit für Emma. Ist sie zu Hause? Ja, sie ist da. Aber ich glaube nicht, dass sie das trinken möchte. Das soll sie auch nicht trinken, Max. Das ist für ihre Zucchini. Und ich möchte, dass du noch sehr viel größer und stärker wirst. Wir wollen doch den Wettbewerb, wer hat die schönste Zucchini gewinnen. Ich habe gehört, mit den Pflanzen zu sprechen hilft beim Wachstum. Du unterhältst dich mit deiner Zucchini? Aber das hier hilft noch mehr, als mit ihnen zu sprechen. Das ist mein Spezial-Nutzpflanzendünger. Mein Vater hat mir gezeigt, wie man ihn macht. Toll! Danke, Jan. Hier, Moni. Sieh mal, was uns Jan mitgebracht hat. Moni? Mädchen sind komisch. Ah, dieses Jahr werden wir gewinnen, nicht wahr, meine Schöne? Pass auf! Wie soll ich gewinnen, wenn du mit deinem Skateboard meine Zucchini überfährst? Ist schon gut, Thomas. Es ist ja nichts passiert. Der Zucchini darf nichts zustoßen. Eine erneute Niederlage würde ich nicht ertragen. Stumpi hat mir letztes Jahr beim Wettbewerb den ersten Preis weggeschnappt. Es war furchtbar, aber dieses Jahr, das weiß ich, wird ganz Plätscherbach von uns schwärmen. Aha. Ja. Mag sein. Hallo, Elsie. Ich hab Getreide für Stumpi. Ist er da? Oh, er ist hier irgendwo, Jan. Aber er wird dich gar nicht richtig wahrnehmen. Naja, das ist ja nichts Neues. Oh, Jan. Er ist irgendwo da hinten und kümmert sich um seine Zucchini. Er hofft, dass er auch dieses Jahr den Preis gewinnt. Ich fürchte, das schaffe ich nicht. Nicht dieses Jahr. Die sieht aber doch wunderbar aus, Stumpi. Ich glaube auch, dass der gewonnen hätte. Aber irgendjemand hat sich an ihn vergriffen. Sieht aus, als wären die Vögel auf den Zucchini-Geschmack gekommen. Ach, mach dir nichts draus. Aber wir müssen noch ein bisschen üben. Das hast du doch nicht vergessen. Oh ja, wir müssen üben. Und dann sagt ihr, was müsst ihr denn üben? Ach, das wirst du schon sehen. Bis später. Ah, ausgezeichnet, Thomas. Ein bisschen Wasser wird ihm guttun. Pass doch auf. Entschuldige, aber das war ganz schön schwer. Ach, aber es ist ja nichts passiert, dem Himmel sei Dank. Ah, Jan, wie geht es Ihnen? Ah, seien Sie vorsichtig. Was ist denn? Meine Zucchini. Ich hätte keine Chance, Stumpi zu schlagen, wenn sie draufgetreten wären. Tut mir leid. Aber Stumpis Zucchini kann sowieso nicht mehr gewinnen. Was? Wieso? Stumpis Zucchini ist nicht mehr ein Wettbewerb. Sie wurde wahrscheinlich von Vögeln angepickt. Oh, je. Das ist ja ein Jammer. Armer Stumpi. Sieht so aus, Thomas, als hätten wir nun die besten Chancen zu gewinnen. Es sei denn, was ist, wenn sich diese Vögel auch meine Zucchini vornehmen? Oder was ist, wenn es gar keine Vögel waren? Wenn draußen ein Zucchini-Zerstörer frei herumläuft und die Zucchini fremder Leute kaputt macht. Hm, danke für die Warnung, Jan, dass Sie sich den langen Weg machen, um... Deswegen bin ich nicht hier, Herr Juncker. Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass wir noch üben müssen. Ihr müsst üben? Was denn üben? Also Jan und ich, wir... Psch, das ist ein Geheimnis, nicht vergessen. Ja, ein Geheimnis. Aber du wirst es noch früh genug erfahren. Also Jan, lassen Sie uns proben, natürlich. Ah, aber meine Zucchini. Ich möchte Sie nicht der Wilke überlassen, dieses, äh, der das mit Stumpi gemacht hat. Tja, warum stülpen Sie nicht einfach einen Karton darüber? Dann kommen die Vögel nicht ran. Ah, aber wenn es keine Vögel sind? Wenn es doch der maskierte Zucchini-Zerstörer von Pletscherbach ist. Ein maskierter Zucchini-Zerstörer? Ja, 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 gute Idee, Jan. Naja, ich stülpe einen Karton drüber. Und ich werde jetzt Walter abholen. Bis nachher dann. Wiedersehen, Jan. Das noch ein bisschen festziehen und dann können wir starten. Meinst du, dass das so richtig ist? Letztes Mal hat es den halben Motor zerfetzt. Ja, aber da habe ich an der anderen Zündkerze gearbeitet. Hallo, Nikola. Ist Walter irgendwo? Oh, ha! Ah! Oh, beantwortet das deine Frage, Jan? Ich glaube, ja. Oh, und ich dachte, diesmal klappt's. Tja, aber ich habe es dir doch gesagt. Schlauberger. Oh, hallo, Jan. Hallo, kleiner roter Traktor. Ich bin nur vorbeigekommen, um zu fragen, wie es aussieht mit einem klein wenig Üben. Oh ja, großartig. Ich habe es sowieso satt, an der Klapperkiste rumzubasteln. Ihr wollt üben? Ihr zwei macht doch nicht etwa beim Pletscherbach-Amateurschultheater mit. Nein, nichts in der Art. Aber was übt ihr denn dann? Ihr werdet schon sehen. Jedenfalls, wenn ihr zum Wettbewerb kommt. Oh, das werden wir uns doch im Leben nicht entgehen lassen. Also, großer Blauer, das hast du wirklich fabelhaft gemacht. Die Probe verlief traumhaft und morgen, ha, 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 so etwas hat Pletscherbach bisher noch nie gesehen. Oh, meine Zucchini, die hätte ich fast vergessen. So, ein bisschen frische Luft für dich. Gute Nacht. Bis morgen früh und dann der erste Preis. Ja, ha, 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 ha. Oh, vielleicht gibt es hier doch einen Zucchini-Zerstörer. Oh, keine Angst, meine Schöne. Dir kann nichts passieren, wenn ich dich hier im Auge behalte. Nur nicht Zerstörer. Ich mach den ersten Preis. Ich hab die größte Zucchini. Ich möchte ein Kieselbrot. Ich freu mich, dass alle hier sind, wenn ich meinen ersten Preis bekomme. Die größte Zucchini. Und der Zerstörer. Entschuldigen Sie, meine Damen. Nein, er darf nicht Fahrrad fahren. Also Stumpi meinte, es wären Vögel, richtig? Nun, erzählen Sie mir mal, wie das ein Vogel schaffen könnte. Nein, das waren ganz bestimmt keine Vögel. Das sieht aus, als ob da jemand draufgetrampelt wäre. Ganz genau. Das war der Zucchini-Zerstörer von Pletscherbach. Und damit nicht genug. Er hat mir einen von meinen Schuhen gestohlen. Wenn ich den jemals in die Finger kriege, dann würde ich nicht zögern, den... Es gibt sicher keinen Grund zum Lachen. Hier hat jemand einen gemeinen Anschlag auf meine Zucchini verübt. Ja, und er sitzt genau da. Was? Was fällt Ihnen? Ach! Sowas Dummes. Hören Sie, sehen Sie diese Fußabdrücke und all diese Brotkrumen und Ihren Schuh? Sie meinen, ich war es selbst? Sie müssen im Schlaf gewandelt sein, Herr Juncker. Oh, im Schlaf gewandelt, nicht schon wieder. Käse vorm Schlafengehen essen soll komische Träume geben. Oh, ich wusste es, dieses Käsebrot zu essen war ein Fehler. Ach, kommen Sie Kopf hoch. Dann klappt es eben nächstes Jahr. Und außerdem halten wir ja noch für alle eine kleine Überraschung bereit, ja? Ja, ja, das ist richtig. Was würde ein Schauspieler in diesem Fall sagen? Auf der Bühne geht es immer weiter. Gute Einstellung. Komm, kleiner roter Traktor. Zeigen wir allen mal aus, was für einem Holz wir geschnitzt sind. Und nun, meine Damen und Herren und liebe Kinder, nun kommen wir zur Hauptattraktion des diesjährigen Plätscherbach-Wettbewerbs. Seien Sie gespannt und lassen Sie sich verzaubern von der waghalsigen Darbietung des Plätscherbach-Kraftfahrzeugballetts. Toll! Los geht's, kleiner roter Traktor! Ja! Oh, Stumpi! Ich trau mich gar nicht, dahin zu gucken. Aha! Also das haben Sie in letzter Zeit geübt. Oh, das war aber wirklich haarscharf! Wahnsinn! Klasse! Onkel Jasper, du bist der Größte! Wow, toll! Ich bin begeistert! Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Du bist wunderbar. Das ist er ganz bestimmt, Jan. Und unsere Vorführung hat mich echt davon abgelenkt, dass ich dieses Jahr nicht den ersten Preis geholt habe. Haben Sie schon gehört, wer gewonnen hat? Das war ich! Ich und Moni! Moni? Ja, mit einem bisschen Hilfe von Jan und dem Dünger von seinem Papst. Das hast du ganz allein geschafft. Gut gemacht, Emma. Ja, wirklich gut gemacht. Aber im nächsten Jahr musst du gegen mich antreten. Macht ihr eure Vorstellung nächstes Jahr nochmal? Was meinst du, kleiner roter Traktor? Das hört sich wie ein klares Ja an. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020